Wallfahrten zu heiligen Orten, zu spirituellen Kraftplätzen sind etwas Wichtiges und Hilfreiches, können Höhepunkte im Jahr sein. Im engeren Sinn ist eine Wallfahrt etwas in der katholischen Religion. Da bin ich jetzt nicht so firm drin und will deshalb darüber nicht sprechen. Aber grundsätzlich, es gibt bestimmte Kraftorte und dort bewusst hinzugehen, auch mit einer bestimmten geistigen Einstellung, kann dich tief in der Seele berühren und kann ein Höhepunkt im Jahr sein. Für mich zum Beispiel ist alle zwei, drei Jahre die Reise zum Shivananda Ashram Rishikesh wie eine Art Wallfahrt. Ich freue mich darauf, ich stimme mich darauf ein und schon wenn ich dann dorthin fahre, fühle ich etwas. Aber es gibt auch kleine Wallfahrten, zum Beispiel auf eine gewisse Weise. Wenn ich in unser Shivalai Retreat Center in Bad Meinberg gehe, da gehe ich auch mit einer Ehrerbietung hin und empfinde das wie eine ganz kleine Wallfahrt. Oder wir haben auch natürliche Kraftorte dort. Wenn ich zu den externen Steinen hinfahre, typischerweise mit dem Fahrrad, und dann ergreift mich auch so ein besonderes Gefühl. Und selbst wenn ich zum Beispiel in die kleine evangelische Kirche in Bad Meinberg gehe, ist auch so wie eine kleine Wallfahrt. In diesem Sinne überlege dir, was sind deine besonderen spirituellen Kraftorten? Vielleicht Kirchen, vielleicht ein Yoga-Zentrum, ein Ashram, ein besonderer Ort in der Natur, ein Tempel irgendwo, ein Kloster. Und dann besuche dort regelmäßig, geh dort regelmäßig hin, aber mach es auch mit einer bewussten Einstellung. So wie zur Wallfahrt dazugehört, da bestimmte Disziplinen und bestimmte Gesänge und Gebete und Lesungen im Katholischen so ähnlich, ist das auch wichtig. Es gibt Menschen, die gehen in den Kölner Dom einfach nur aus Tourismuszwecken. Und es gibt andere, für die ist der Besuch des Kölner Doms wie eine kleine Wallfahrt. Es gibt Menschen, die gehen an die externen Steine, einfach aus Neugier. Und es gibt Menschen, für die sind die externen Steine, die mit die größten Kraftorte auf der Welt und sie gehen dort mit großer Ehrerbietung und Andacht hin. Und so ist es wichtig, mit einer bestimmten Ehrerbietung und Andacht seine kleinen und größeren Wallfahrten zu machen.